Das Ding. Live. Laut. Lässig. Um etwas völlig Neues zu erschaffen, musst du ganz von vorne anfangen. Du musst die Vergangenheit zurücklassen und den Blick immer in die Zukunft. Wir vom Electric Department wollen, dass unsere Kunden immer und überall Strom haben. Deshalb haben wir nicht einfach nur versucht, die Akkulaufzeit zu verlängern, sondern wir haben das Prinzip der Stromversorgung komplett neu erfunden. Wir präsentieren die Cable-Based Wireless Technology. Beim Kauf des neuen iPhones bekommst du zusätzlich zwei handliche 50-Meter-Kabeltrommeln. Wenn du den Stecker an eine gewöhnliche Steckdose anschließen möchtest, brauchst du nur noch einen unserer Apple-Adapter. Es ist dieses Kribbeln in den Fingern, wenn du weißt, dass du etwas Großes erschaffst, wenn du dabei sein darfst und dich diese unsichtbare Kraft durchflutet. Wie praktisch wäre es, wenn du immer und überall mit deinem iPhone bezahlen könntest. Andere Anbieter bieten dafür einfache Lösungen. Aber wir wollten nicht nur eine einfache Lösung, wir wollten die simpelste. Mit dem neuen iPhone bezahlst du bargeldlos, aber mit Geldscheinen. Der Cardless Cashflow. Du kannst beliebig viele Geldscheine an dein iPhone connecten. Zur Befestigung empfehlen wir dir die angemessen teuren Eigummis aus dem Apple Store. Was uns antreibt, ist Menschlichkeit. Es ist ein gutes Gefühl, die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Siri war schon eine Revolution, aber wir wollten was noch Menschlicheres. Und deshalb haben wir Siro erschaffen. Beim Kauf des neuen iPhones bekommst du Siro dazu. Siro ist ein echter Mensch, den wir aus ausgesuchten Dritte-Welt-Ländern importiert haben. Siro, wie wird das Wetter morgen? Ich habe dich leider nicht verstanden, ja? Mann! Das neue iPhone ist das beste iPhone seit dem letzten iPhone.